Moinsen Kinders und willkommen zur nächsten Folge von meinem Fist Only Run in Dark Souls 3. Heute seht ihr den Kampf gegen Osiris, der verzerrte König. Und ja, wenn ihr mich unterstützen wollt, lasst gerne ein kostenloses Abo da. Das würde mich riesig freuen und jetzt viel Spaß beim Video. Bis zum nächsten Mal. Ah, dear little Orselon, where have you gone? Are you hiding from me? Come out, come out, don't be afraid. You were born a child of dragons. What could you possibly fear? Now, now, show yourself, Orselon. My dear little Orselon. Orselon! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020